Alles um uns herum wird smart. Erst war es nur das Telefon. Heute ist das halbe Haus smart gesteuert. Einige Dinge funktionieren wunderbar. Andere, naja, geben sich Mühe. Dabei sollen smarte Lösungen doch unser Leben vereinfachen. So wie das smarte Bügelschloss von Abus. Ein Fahrradschloss, für das du keinen Schlüssel mehr brauchst. Dank Bluetooth erkennt das Schloss, wenn du in der Nähe bist. Es vereint die bewährte Sicherheit eines Bügelschlosses mit smarter Technologie vom Morgen. Während der Fahrt ist es sicher montiert, ohne deinen Lack zu verkratzen. Sobald du den Bügel in das Schloss steckst, verriegelt es automatisch. Du musst also weder deinen Schlüssel noch dein Smartphone rauskramen. Eine kleine Bewegung genügt und der Alarm ist scharf. Versucht jemand das Schloss zu öffnen, schlägt es ordentlich Alarm und hört auf, sobald die Gefahr vorüber ist. So ist dein Fahrrad auch am nächsten Morgen noch da, wo du es abgestellt hast. Hey Helen, was? Schon wieder eine Panne? Na klar, nimm eins. Wie macht sie das nur immer? Naja, smart ist nicht nur die Technik, sondern auch die Tatsache, dass du sie mit anderen teilen kannst. Mit der App kannst du das Schloss jederzeit an Freunde, Kollegen und Familie mit einem Tipp freigeben. Oh je, das ist wohl nicht Helens Tag. Naja, im Gegensatz zu Helen ist das Schloss nicht aus Zucker. Gehärteter Stahl, clevere Technik und Spitzenverarbeitung bieten so besten Schutz vor Wetter, Hackern und Dieben. Smart ist the Key Das ABUS 770A Smart X